Das geht richtig ab da. Siehst du die kritische Zone zwischen organischen Material und chemischen Produkten? Ja, genau. Siehst du etwas? Was ist passiert. Was ist passiert? Können wir das wieder mit dem Macro-Lens machen? Ja. Wir können das noch silent und nicht reden. Wir können die Reaktion sehen. Ja, okay. Nice. Es ist lustig. Und Siehst du, das ist schon passiert? Ja. Nach ein paar Stunden, ich bleibe hier, ohne die Hälfte. Das ist sehr heiß.